Stell dir mal ein Handy vor, das Sonnencreme auf deiner Haut anzeigen kann. Ist jetzt kein Witz, aber mal von vorne. In diesem Paket hier ist das Huawei P50 Pocket und das erste was auffällt, dieses Design kennt man so schon auch vom Galaxy Z Flip 3. Recht schmales Display, ziemlich dünn und halt viel zu groß. Und ein bisschen abgehoben, aber reden wir da mal nicht drüber. Falten wir dieses Handy jetzt aber zusammen, passieren zwei Dinge. Erstens, es passt wieder in eine Hosentasche. Und zweitens geht ein kleines Display an, nicht so groß wie das von Samsung, dafür aber rund und im gleichen Design wie die Kamera. Apropos Kamera, auf dem Display hier sieht man nicht nur die Uhrzeit, sondern auch die Sonnencreme auf der Haut. Und zwar deswegen, weil das P50 Pocket eine Ultra-Spektrum-Linse hat. Die fängt ultraviolettes Licht ein und macht es sichtbar. Das menschliche Auge kann ultraviolett normalerweise gar nicht sehen. Aber wie auch beim Huawei P50 Pro zählt auch beim Pocket keine Google-Dienste, kein 5G und ein veralteter Prozessor. Und all das für aktuell 1600 Euro.